Im Mittelalter bestimmte die Geburt, zu welcher Bevölkerungsgruppe man gehörte. Das hatte etwas mit dem Aufbau der Grundherrschaft zu tun. Zunächst wurde im frühen Mittelalter zwischen sogenannten freien und unfreien unterschieden. Freie waren Adelige und Unfreie waren meistens Bauern. Die meisten Menschen arbeiteten zu der Zeit auf dem Land und waren an sich freie Bauern. Sie besaßen eigenes Land und konnten von ihren Erträgen leben. Wenn jedoch ein Krieg ausbrach, mussten die Bauern ihr Land verlassen und niemand konnte sich um den Hof kümmern. Aus dieser Not heraus übergaben die Bauern deshalb ihren Besitz an Adelige oder Bischöfe. Und dafür mussten sie nicht mehr am Krieg teilnehmen. Dadurch gehörte dem Adel bald das meiste Land und die Bauern wurden unfrei und abhängig von ihren Herren. So entstand die Grundherrschaft. Doch wie funktionierte das? Dem Bauern wurde ein Stück Land zugeteilt, das er bearbeiten sollte. Der Grundherr hingegen hatte die Aufgabe, den Bauern in Notzeiten zu unterstützen und dessen Familie durch Soldaten zu beschützen. Die Bauern mussten im Gegenzug Abgaben und Frohendienste leisten. Das bedeutet, zu bestimmten Terminen hatten sie einen Teil ihrer Ernte und Nahrungsmittel an den Grundherrn abzugeben. Zu den Frohendiensten gehörte, dass die Bauern neben ihrem eigenen Feld auch die Felder des Grundherrn bestellten. Ebenso hatten sie dessen Vieh zu hüten. Diese Arbeit war für die Bauern eine große Belastung, da ihnen so die Zeit fehlte, für ihren eigenen Bedarf zu sorgen. Die Grundherrschaft bildete schließlich die Voraussetzung für das Lehenswesen, auch Feudalwesen genannt, der Grundlage der mittelalterlichen Herrschaftsverhältnisse. Das Lehenswesen bezeichnet ein persönliches Verhältnis zwischen einem Lehensherrn und einem Vasallen. Der Vasall bekam von seinem Lehensherrn ein sogenanntes Lehen, also etwas Geliehenes, zur dauerhaften Nutzung. Das Lehen konnte zum einen aus Land, also einem Dorf inklusive der dort lebenden Bauern bestehen, oder aus Ämtern und Rechten. Als Gegenleistung verpflichteten sich die Vasallen zur Treue gegenüber ihrem Lehensherrn, den sie im Krieg und in der Verwaltung unterstützten. Der König stand an der Spitze der Lehenspyramide und war oberster Lehensherrn. Er verleiht Grundbesitz und Ämter an die Kronvasallen und gewährte ihnen Schutz. Die Kronvasallen waren entweder geistliche Fürsten wie Bischöfe oder weltliche Fürsten wie Herzöge oder Grafen. Sie schworen bei der Übergabe des Lehens ihrem König die Treue und verpflichteten sich, ihm in Kriegszeiten zu folgen. Die Kronvasallen konnten ihr Lehen an Untervasallen verleihen. Sie waren dann nur dem Kronvasallen und nicht dem König zur Treue verpflichtet. Auch bei ihnen war Kriegsdienst eine Pflicht. Die Untervasallen verliehen ihr Lehen wiederum an Unfreie, die dann Dienste und Abgaben ableisten mussten. Die Grundherrschaft und das Lehenswesen gehörten also zu den wichtigsten gesellschaftlichen Strukturen im Mittelalter. Dazu kam dann noch die Ständeordnung und was das genau ist, erklären wir dir in einem anderen Video. Hi, ich hoffe das Video hat dir gefallen und dass wir dir weiterhelfen konnten. Wenn du jetzt noch den Stoff richtig festigen willst, dann schau doch einfach mal auf LearnAttack.de vorbei. Dort findest du zu jedem unserer Videos passende interaktive Übungen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Und wenn du dann das Gelernte überprüfen willst, dann haben wir echte Klassenarbeiten von richtigen Lehrern für dich. Natürlich mitsamt der Musterlösung. Den Link findest du in der Beschreibung unter diesem Video. Also schau einfach mal vorbei auf LearnAttack.de